Achtung, Achtung! Dies ist eine Durchsage! Und zwar gibt es da 10% Rabatt auf alle Einzelkarten und bis zu 50% Rabatt auf bestimmte Pokémon-Artikel. Ihr könnt das Ganze natürlich im G2Games-Shop machen. Der Shop ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Rabattcode schnappsidier ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung extra mit reingeschrieben. Also schnappsidier in Caps. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich fleißig bestellt im G2Games-Shop. Nutzt den Rabatt, ich werde ihn auch nutzen, indem wir einige Spezialboxen bestellen. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von G2Games. Es geht weiter mit Entei, der nächsten legendären Raubkatze, angelehnt einen Löwen. Und unsere nächste Pin-Collection. Wir werden das letzte Mal die Pin-Collection von Raikou, die von Zui-Kun kommt als nächstes. Und auch hier wieder Pin drin, drei Booster-Packs drin, zweimal Sun and Moon und einmal Evolutions mit Entei-Holokorte und natürlich Pin. Wir machen das Ganze jetzt auf und wir sehen uns nach einem kurzen Cut. So, wie immer, drei Booster-Packs sind mit drin. Entei-Pen ist mit drin und unsere Entei-Karte ist natürlich auch da. Richtig cool. Ich dachte, aus Ancient Origins wäre das gewesen. Auf alle Fälle war es ein relativ älteres XY-Set. Und natürlich hier als Holo-Variante richtig gut. Richtig cooles Artwork, wie ich finde. Und natürlich auch der Pin wieder sehr, sehr schön gemacht. Sehr wertig. Also für alle Entei-Deepower genau das Richtige. Ist auch ein cooles Pokémon-Spiel. Ich selbst sehr, sehr gerne. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt in unseren Booster-Packs drin haben. Wir machen immer Evolutions zum Anfang auf und an die Sun und Moon, weil es einfach die neueren Sets sind. Und wir hatten ja in den letzten Videos echt immer einiges an Glück. Von daher gucken wir jetzt mal, ob uns doch das liebe Glück heute bleibt oder nicht. Von daher legen wir los mit dem Rückentwicklungsspray. Magma, der Tausch, Raupi, Nebulak, Dicta, Glumanda, Voltoball, ein Reverse-Alpollo und ein Electro-Ball als normale Rare. Also in Evolutions war schon mal nichts drin. Machen wir weiter mit Fuegro aus Sonne und Mond. 1, 2, 3 So, Professor Kukui, Golbat, Schutz, dann haben wir Lampi, Paras, Quapsel, Araqua, Evoli, ein Reverse-Velosi, ein Holo-Kommandutan und eine Stahlenergie. Okay, zumindest eine Holo schon mal dabei. Nicht so schlecht. Und das letzte Pack möchte gerade nicht aufgehen. Es weitert sich vehement. Vielleicht ist da ja was drin. Mal gucken, mal gucken. Weiter geht's mit Alola-Ratical, Luzardin, Tali, Frobel, Dicta aus Alola, Dratini, Zankabu, Bubungus, einem Reverse-Timer-Ball, einem Austaus und einer Feen-Energie. Die NTD hat uns diesmal leider kein Glück gebracht. Aber wir haben noch eine Box mit Surikun und guckt auf alle Fälle im Shop vorbei. Links sind in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch Sachen vorbestellen. Gerade die Premium-Konnektion kommt demnächst raus. Ich kann es euch wie immer bloß ans Herz legen. Die Sachen sind selten, sind zwar ein bisschen teurer, aber ihr habt eine garantierte Full-Out-Karte mit dabei, nämlich die Alola-Stort-Pokemon. Das sind dann mit drin. Und von daher, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin, haut rein und ciao.